Einen energiegeladen guten Tag liebe Freunde habt ihr genau richtig eingesteigt zu einer neuen Folge Rocket League zusammen mit dem guten Kartoffel King, das könnt ihr jetzt allerdings nicht sehen, weil der lauter Punkte als Namen hat. Ja gut, aber hallo auch von dir. Sein Name ist einfach, der ist zu krass für Steven. Da denkst du Steven, den muss man zensieren. Das Spiel läuft zwar schon seit zwei Minuten, aber kein Stress. Da gerade ist gecheckt, dass wir Team Roche sind. Äh, die Steckwurst meine ich natürlich. Ja, das ist, äh, Namen League, oh mein Gott, nein. Anonymit Headwarn. Tja, willst du meine Adresse noch raushauen? Nein, okay. Kann man rausschneiden. Ne, ich lass das drin. Ist ja nicht so wild. Auf jeden Fall, wir spielen hier den neuen Strandballmodus. Heißt du das Strandball? Ja, doch Strandball. Äh, Peachball, ja. Peachball, genau. Ähm, genau. Ähm, das Interessante hier, yes. Ja, wohl. Ist auf jeden Fall die Bounzigkeit des Balles, sag ich mal. Also der ist wirklich, der ist schon ziemlich krass. Also der springt ziemlich kräftig weg. Und, äh, ja, ansonsten was gibt es hier noch zu sagen. Das Feld ist natürlich mit Sand überstreut hier. Das wäre noch ganz nice gewesen, wenn man da so ein bisschen rutscht irgendwie. Wie auf Sand. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen Powerdrift reinhau oder eine Bremsung oder so, dass ich dann ein bisschen weiter rutsche. Und der Animation vielleicht noch für den Sand ist ja irgendwie aufgeführt. Ja, das wäre auch ganz nice. Können wir noch optimieren. Also lieber das Rocket League Team. Auf geht's. Die ihr meine Videos schaut. Jawohl. Aber ich finde, ich finde das eigentlich ziemlich nice. Also das bringt vielleicht ein bisschen mehr Schwung ins Spiel rein, wenn du einfach in diesem Ball dagegen springst und dann, der kriegt dann schon ganz schön Speed drauf. Also, oh Gott. Also man merkt auf jeden Fall die veränderte Physik zum normalen Ball. Auf jeden Fall. Was mich auch sehr freut ist, dass ich jetzt dieses Video vor Korn bringe, der sonst immer meint, ist der erste, wenn ein neuer Modus kommt. Wahrscheinlich bis ich das Video dann hochlade, hat er schon ein Video vor mir hochgeladen. Aber egal. Der ändert wahrscheinlich schon. Der ist schon im Upload. Oh nein. Oh nein. So. Ich zieh. Yes. Boah, der verzieht sich aber auch. Ach, schau mal, du hast ja, man hat so eine Wind-Animation. Ach, das ist ja saukrass. Man hat so eine Wind-Animation hier, ich jedenfalls. Und dann sieht man, in welche Richtung es den Ball verzieht. Mal jetzt in einem Vorhaben. Oh, die dringend aber auch ziemlich geklaft. Boah, ich habe ja aber auch gerade, ich habe auch wirklich eine ganz tolle Vorlage gegeben, muss ich schon mal sagen. Na gut. Also wenn er den jetzt nicht reingemacht hätte, dann muss ich sagen, weiß ich auch nicht. Dafür hat er eine Ping von fast 100. Also nach Ping würde ich eigentlich oft gewinnen, muss ich sagen. Seitdem ich jetzt auch nicht mal den ranzigen Router von der Telekom habe. Sondern die gute Fritzbox 7590. Reflink zu Amazon in der Beschreibung. Funktioniert das Internet sehr gut, muss ich sagen. Keine Verbindungsabbrüche mehr. Wenn ihr das hört, schickt einen Speedport Pro rum. Yes, nice. Easy. Ja gut. Also ich habe zu Unrecht die Telekom beschuldigt, dass ihre Internetverbindung schlecht ist. Es ist nicht die Internetverbindung der Telekom, die schlecht ist, sondern die Router, die unter der Telekom Lizenz produziert werden. Und diese Router werden von Huawei gefertigt? Nein, tatsächlich wurde der Router, den ich hatte, wurde von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma heißt, irgendwas mit A am Anfang. Und die sind aus Taiwan, was ja eigentlich das bessere China ist. Und, ähm, aber die sind, die taugen halt einfach nichts. Nice. Ja, schade. Atemschutzmassen, die ich bestellen werde. Alter. Da werden die wahrscheinlich Löcher reinschneiden oder so, keine Ahnung. Das wäre noch der beste Fall. Könnten noch ganz andere Sachen reingemischt werden. Der hat vorher, der Metzger am Wochenmarkt in Wuhan aufgehakt. Aufgehakt. Getragen meine ich natürlich. Yes. Schade. Aber der Modus, der macht schon richtig Bock. Also muss ich schon sagen. Nein. Oh nein. 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 Als ob. Dann wäre fast noch spannend gewesen. Ah, weißt du, dann bin ich an dem, ich bin an dem anderen hängen geblieben, wie ich über ihn drüber gesprungen bin. Ach, belastend. Kann ja mal passieren. So, dann schießt du mal. Alles klar. Kommt schon einen guten 3 drauf. Oh, das gibt's ja nicht. Mach du mal. Ja. Als ob wir schon wieder in die Verlängerung gehen. Also gefühlt gehe ich bei 90% aller Spiele. Nein. Oh nein. Oh nein. Das ist positiv, du gehst nicht in die Verlängerung. Gut. Ja gut. Was soll ich da jetzt mal sagen? Ich glaube, ich mache da besser mal einen Schnitter der Stelle. Ich tue mit Color Grading einfach blau und orange vertauschen. Oder anfangen wird passen, kein Problem. Stimmt allerdings. Ja gut. Gut, dann eine Runde geht noch. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Konrad kann gar nichts. Und Sandro... 1, 8, 7. So, und mit diesen Worten wieder zurück in einer neuen Runde. Strandball, Beachball, wie auch immer. Danke. Jetzt muss endlich mal ein Win her hier. Dann machen wir doch mal. Machen wir doch mal. Oh. 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 Was für eine Parade, ja. So ist es halt. Das ist natürlich schon gut. Ich muss ja sagen, 2, 5, 7, da sind wir deutlich sympathischer. 1, 1, 8, 7, Nerz. Der hier gegen uns spielt. Gute Männer. Oder Frauen. Viel Spaß. Oder Patschekampfilikon. Oh Gott. Wo kannst du denn hier? Robby, nett. Scheiße. Ich hab ihn. Oh Gott. Aus dem Tippen hätte ich davon. Tja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gut, dass er denn selber vorbeigelegt hat. Ich stelle einfach keine Fragen. Was machen die denn die ganze Zeit? Wir können uns eigentlich hinten reinstellen und entspannt zuschauen, was die da, wie die sich gegenseitig ausspielen hier. Na gut, ich meine. Immer noch besser als eigentlich schießen. Ja. Oh, oh, oh. Schlipp. Ähm, ja gut. Sandro trifft aber auch nicht unbedingt gut. Gut, ich glaube nicht. Sandro Wagner. No Sandro, no party an der Stelle. Oh. Ohne Lord Wagner. Danke dafür. Das sind Jokes mit Fußballwitzen brauche ich jetzt bei dir, glaube ich, nicht bringen. Ich würde auch nicht lachen, wenn ich es nicht verstehen würde. Okay. Ja, meine Witze sind auch nicht lustig, also. Hm. Ja. Wir könnten das jetzt mal professionell analysieren. Woran lag es heute? Ja, der Trainer, da hat keine eindeutigen Anweisungen gegeben, auf jeden Fall. Und ich meine, was der Shiri da wieder zusammengepfiffen hat, war wirklich eigentlich seksisch. Äh, du schießt. 15. März ja wieder, Start. Kommt das Video dann schon raus oder noch nicht? Äh, vielleicht bringe ich das sogar noch heute oder morgen oder? Tja, ihr wisst bloß nicht, welcher Tag heute oder morgen ist. Das ist just Einproduktion. Ja, schau mal. Hast du von diesem neuartigen Virus gehört? Corona heißt er, glaube ich. Achso, ist das. Der ist jetzt neu aufgetreten. Nein! Nein! Da fliegt ja gleich der Controller aus. Ich habe heute echt kein Glück. Oder wie einst Korn sagte. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwo dir angewunden, wenn ein Tor fällt, lege ich ihn immer auf meinen Tisch, warum auch immer. Und dann fünf Sekunden später nehme ich ihn wieder an die Art. Ja, liebe Freunde. Boah, nice! Die Landsparade gekommen. Ja, ja, ja. Ja, ne? Das wäre... Boah, die verzieht sich echt richtig, Chris. Ich wäre ja fast noch langgekommen. Überhob ihm. Bin ich nicht so gut hier? Kommt schon, der ist irgendwie blöd. Oh. Interessant. Habe ich. Oder auch nicht. Jetzt darfst du niemanden. Ja, jetzt will ich ihn nicht mehr. Ich will dich nicht mehr damit spielen. Ne. Ich bin auch gerade noch mit dem Schnitt eines wunderbaren GTA 5 beziehungsweise GTA Online Funny Moments Video beschäftigt. Ein bester auf deiner Witze, oder? Äh, nee. Eher eine Ansammlung aus lauter tollen Witzen von mir und allen anderen Teilnehmern dieser Session. Das wären an der Stelle einmal Lars UT Gaming. Beziehungsweise jetzt heißt er ja Lars, der Eisbär. Übrigens war das mein Namensvorschlag. Er hat mich heute nie, bis heute nie dafür erwähnt, nie Cradle dafür gegeben. Anzeige kommt demnächst, sobald Corona vorbei ist. Dann will ich jetzt noch den Erdkopf legen bei dem Namen. Also ich finde den Namen gut. Also ich finde den schon schock gesöll, muss ich sagen. Und der geht rein. Ja, natürlich geht der rein. So. Ne, also auf jeden Fall eine Session mit Cornluster, Eisbär und Zockerfreak und mir. Und das Schöne ist, das Schöne ist, wenn du wirklich mit lauter Leuten Anfang, Mitte 20 noch Jokes bringen kannst, die schön auf Teenager-Niveau sind und alle lachen drüber. Da muss ich sagen, mit solchen Leuten nehme ich wirklich die Anne auf. Deswegen das Funny Moments Video. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Mitte 20, da kann ich nicht mitreden. Das stimmt allerdings. Wir reden hier mit Cut-Off-E-King Anfang 30. Scheiße. Oh nein. Ich verstehe das schon fast, also diese gemeinsamen Aufnahmen und das gemeinsame Zocken, das verstehe ich praktisch schon als Bildungsauftrag. Ich meine, man muss auch den Baby-Boomern, muss man auch die aktuelle Technik so ein bisschen näher bringen. Jetzt schießt er sogar noch ein eigenes Tor. Aber also ich muss sagen, den Bildungsauftrag habe ich erfüllt. Darf du sonst nichts am Heim? Das ist unser Alternativprogramm zum ZDF-Nachmittagsprogramm. Andere skypen und wir zocken halt. Ich kann den Ball nicht sehen. Guter Schuss, ja, der war richtig gut, Alter. Komm, ich warte mal hinten. Sonst gibt es hier nicht Verlängerung. Kommt aber auch nice. Schade. Aber der kommt noch viel nicer. Nee, der kommt auch nicht so nice. Ich kann ja schon mit der Selbstbeneißung anfangen. Was kann denn jetzt noch schief gehen? Tja, viel. Zum Beispiel, dass man den Sparch-Chat aktiviert. So, ja, perfekt. Mit so einem schönen Gewinn. Mit einem schönen Sieg kann man doch die Folge ganz gut beenden. Deswegen lande ich auch gleich mal am Dach hier. Und sage, danke fürs Zuschauen. Lass gerne ein Abo da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschau.